Yo Jungs, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video. Das hier ist Priamos. Ja, so, Priamos ist mein Name. Ihr kennt mich, vielleicht noch nicht. Ihr kennt ihn. Die Bibel ist Roba Zocker. Ihr wisst Bescheid. Willkommen zu einem neuen Video. Ich habe ein paar Sachen für euch zu ankündigen. So, yeah, let's go. Das war ein bisschen cringe, aber das ist scheißegal. So Jungs, Nummero Uno. Es wird ein 24-Stunden-Stream geben am Wochenende. Und zwar von Samstag auf Sonntag, vom 19. auf den 20. Und zwar, wir starten Samstag um 13 Uhr, 24 Stunden. Sprich, enden wir dann am Sonntag um 13 Uhr. Ja, twitch.tv ist der Schubazocker.lp, so wie immer. Ihr wisst Bescheid, Link in der Beschreibung. Macht da auf den Follow-Button einen Klick. Außer ihr seid schon Follower, dann wäre es ungünstig. Macht die Benachrichtigungen an. Ihr wisst Bescheid. Wir sehen uns Samstag, 13 Uhr dort. So Jungs, Info Nummero Dos. Wir sind auf der Gamescom. Beide, Friermus und ich. Niki dieses Jahr leider nicht dabei für das Badman. Ja, schade. Schade auf jeden Fall. The Boys in Norwegen, habe ich gehört. So sieht es aus. Der genießt das Leben. Auf jeden Fall. Wir sind auf der Gamescom, beziehungsweise in Köln. Von Mittwoch bis Sonntag. Gamescom sind wir Donnerstag, Freitag, Samstag. Also zumindest für diese Tage haben wir Tickets. Mal gucken, wann wir genau da sind. Und es werden, wenn wir es schaffen, eventuell Daily Vlogs kommen, oder? Daily Vlogs auf jeden Fall. Also wir versuchen es zumindest. Ab Mittwoch, spätestens Donnerstag, geht es los mit den Daily Vlogs. Mindestens drei, vier Tage kommen. Das halten wir durch. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So ja, das ist die Info, wenn ihr mich treffen wollt. Wenn ihr ihn treffen wollt. Ja, wir können vielleicht noch auf der Gamescom mal so eine kleine Ansage machen, wo wir vielleicht so gerade sind. Falls wirklich jemand von euch... Einfach auf Twitter folgen. Einfach auf Twitter folgen oder Instagram. Instagram Story oder Twitter. Oder einfach Twitter. Also falls ihr gerade so auf der Gamescom rumstrahlen seid. Ad Oberzucker IP. Ad Piamus LP. Glaube ich. Genau. Mit LP. Oberzucker IP. Piamus LP auf Twitter. Oder auf Instagram. Oberzucker. Achso auf Twitter, ja. Und auf Instagram. Yo, Flo, Flo. Genau. Ist unten hier jetzt eingeblendet. Ja, Mann. Keine Ahnung. Yo, Jungs. Dritter Spot. Dritte Ansage. Wir werden in Köln eine Grillparty machen. Und zwar... Genau. Das habe ich schon angekündigt. Auf Twitch. Auch auf Twitter habe ich es schon geschrieben. Und ich habe hier auch auf YouTube schon ein Video gemacht. Wir werden in Köln eine Grillparty machen. Mit Johann, mit euch. Also endlich sind alle eingeladen, die davon mitbekommen. Genau. Dann ist es erstmal. Samstagabend, 19.20 Uhr. So geht es los. Ich glaube, wir sind 19 Uhr schon da. Ihr könnt dann einfach mal so ankommen. Und das Ende ist natürlich offen. Ob nennt. So wie es sich gehört. Passt auf. Wo ist es? Und zwar ist es am Rhein. So an der Wiese. Und zwar, pass auf Jungs. Ihr müsst mit der U-Bahn-Linie 18 Richtung Thielenbruch fahren. Und dann bei der Bolternsternstraße aussteigen. Dann müsst ihr zu Fuß Richtung unserer Jugendherberge. Jugendherberge Köln-Riel laufen. Und da müsst ihr rechts irgendwie an den Bäumen vorbei. Da gibt es halt auch so Wege zum Rheinkommen. Und da ist am Rheinufer dann unsere Grillparty. Ihr werdet es schon finden. Mann, ihr seid jetzt nicht so dumm, Mann. Genau, Jungs. Dann könnt ihr uns mit uns ein bisschen grillen. Genau. Ein bisschen was trinken und so weiter. Es wäre nice, wenn jeder, der mitkommt, ein bisschen was mitnehmen würde. Also entweder Alki, entweder Fleisch oder irgendwas. Also ich glaube, wir werden so einen Grill mal irgendwie besorgen. Wir versuchen es zumindest bis dahin eins noch irgendwo herzutragen. Und jeder, der Sparkling Eisteel mitbringt, der ist ein Ehrenmann. Er ist ein Ehrenmann, ja. So direkt so eine ganze Palette, so. Ganze Palette, ja. Flippend Sparkling Eisteel. Beste. Ne, aber ihr seid herzlich eingeladen alle. Samstag 19 Uhr am Rheinufer Grillparty. Ihr wisst Bescheid. Wir werden ja, wie gesagt, wenn jeder ein bisschen was mitnimmt. Und zwar ein bisschen mehr, als er selber vielleicht braucht. Das wäre ganz nett. Dann hat jeder was. Und nicht jeder muss alles mitschleppen. Das wäre ganz nett. Ja, Mann. Ja, noch was zu sagen? Ja, wir haben, als ich gesagt, da kommt ein Fahrrad. Ja, moin. Bester Spot ausgesucht. Ist so, aber die Leute sind jetzt lustig, die hier vorbeifahren. Ja, Mann. Ich hoffe, wir sehen uns. Auf jeden Fall, Jungs. Ihr müsst, jeder, der das Video schaut und den Köln, es muss auf jeden Fall vorbeischauen. Wer auf jeden Fall chillt, genau. Jo, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ihn euch da. Auf jeden Fall. Auch wenn es jetzt nur so ein bisschen Infovideo war. Checkt die Amosab. Link in der Beschreibung oder oben in der Infobox irgendwo links, rechts, keine Ahnung. I don't know. Wir sehen uns. Ciao.